Der Bauen und Wohnen-Finanz-Tipp wird Ihnen präsentiert von Interhipp-Baufinanzierung. Immobilien gelten als krisensichere Altersvorsorge. Und vor dem Hintergrund historisch günstiger Baugeldzinsen kann es sich lohnen, über eine vermietete Immobilie langfristig Vermögen aufzubauen. Damit das Kaufvorhaben auch auf einem sicheren Fundament steht, raten Experten trotz der Niedrigzinsphase, keine zu hohe Finanzierungssumme auf das Objekt aufzunehmen. Nichtsdestotrotz empfehlen wir auch in den Niedrigzinsphasen, dass die Darlehensnehmer entsprechend Eigenkapital trotzdem mit einsetzen, um zum einen einfach die Rendite auf das Fremdkapital zum entsprechenden Objekt attraktiv zu belassen, auch bessere Konditionen bei den Banken damit zu bekommen. Und auch ganz, ganz wichtig ist schlussendlich darauf zu achten, wo steht das Objekt, wie ist die Vermietbarkeit, von welchem Mietpreis kann ich schlussendlich ausgehen, was sind meine Motivationen, das Objekt in dieser Gegend entsprechend zu kaufen. Unerfahrene Privatkunden sollten außerdem darauf achten, dass die Immobilie maximal 100 Kilometer vom eigenen Wohnort entfernt ist. Das macht die Markteinschätzung einfacher und der Zeitaufwand bei einem Mieterwechsel ist geringer. Und egal ob Kapitalanlage oder zur Eigennutzung, der Immobilienerwerb ist in der Regel die größte finanzielle Transaktion im Leben und muss auch auf lange Sicht den Ansprüchen genügen, perfekt passen und sicher finanziert sein. Wir empfehlen immer, sowohl bei der Eigennutzung wie auch bei der Fremdgenutzung oder Kapitalanlage, darauf zu achten, dass ich eine entsprechend lange Zinsbündung, auch hohe Anfangstilgung wähle. Das ist auch im Bereich der Kapitalanlage nicht anders zu sehen. Ich muss einfach bei der Kapitalanlage eher darauf achten, dass ich auch entsprechende finanzielle Polster irgendwo in der Hinterhand habe. Das heißt, es ist nicht nur mit dem Erwerb damit getan, ich sage jetzt mal Fremdkapital und Eigenkapital einzubringen, sondern ich habe auch Nebenkosten, die ein Stück weit anfallen. Ich habe auch Reparaturen, die ich irgendwo einkalkulieren muss, die auf mich zukommen können, um die Vermietbarkeit hochzuhalten. Und es kann durchaus ja auch sein, dass ich irgendwo mal für ein, zwei, drei oder auch längere Monate keine Mieter mit drin habe. Etwa 20 Prozent der Gesamtinvestition sollten Käufer als Eigenkapitalpuffer in der Hinterhand haben. Und die Finanzierungsraten und Modalitäten sollten so gewählt sein, dass ein möglicher Mieterausfall mit dem grundsätzlichen Einkommen abgedeckt werden kann. Wichtig ist, trotz Bestkonditionen für eine 10-jährige Baufinanzierung um oder unter 1,5 Prozent gibt es keinen Grund zur Eile. Beim Immobilienkauf ist Hektik nie ein guter Ratgeber. Der Bauen und Wohnen Finanztipp wurde Ihnen präsentiert von Interhip Baufinanzierung.